salut pilot willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal heute gibt es mal wieder ein kleines wettbewerbs gameplay auf der web agora wir spielen hier einen äggis mit mortar der performt auf agora ein bisschen besser als brick house wegen seiner kuppel die hat man dort wirklich nötig einen panther mit em rival 16 den ich mittlerweile immer besser beherrschen für die arctorens habe ich diesmal den search genommen statt dem kill shot dafür ich den kill shot die missile rack 12 draufgepackt ist aber bloß und backup genau wie stalker diesmal gehe ich mit meinen jungs los sind drei runden wundert euch nicht über die schnitte zwischen den runden die runden sind im abstand von mehreren stunden recordet worden ich wünsche euch viel spaß ne ne matche und pochetto wir wollen einen rematch rumpel die rumpel die rum einer mord hat mindestens einer links ist ein kill shot ich glaube der hat kill shot mord da mord hat auch mich das ist kein problem solange mich nicht ins visier nimmt ist alles gut mord macht mir das alleine stumpf raus und weg. Oh oh. Oh, Madge ist bei mir. Ich habe ihn in meiner Kugel, aber wäre cool, wenn du irgendwie... Sehr gut. Ich bin aber tot. Meine Kugel war nicht rechtzeitig fertig. Egal. Ich schau mal, was dich hinten anrichten lässt. Rechts und links stehen die. Und die beide Motter? Ich glaube ja. Er ist auch nicht mehr da, glaube ich. Sehr gut. Weck, zweimal am Motor, oder nicht? Ja, hoffentlich auch. Ups, den habe ich wohl ins Leere geschossen. Warum? Hä? Einmal Motor ist laut. Jo, sehr gut. Wird sogar noch bei denen. Madge? Er wartet jetzt auch bei denen. Ja, ja. Ich habe gesehen, dass er da wartet. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Wo ist sein Kollege? Sein Kollege ist auf der rechten Seite. Und weg ist, ne? Madge macht DM-Rival, ne? Madge macht... Madge macht, ja. Jo, ich hole ihn raus. Kümmer tut dich um rechts. Ist weg. Chatto ist auch fertig. Hm? Oh, nicht schlecht. Chatto ist wieder raus. Chatto macht den Stalker. Chatto ist auch schon gehalten. Jo, hab ihn. Oh, das wird ein 10er Doppelkill. Oder? Ja. Nein. Mit Brickhouse-Refliner geworden. Ja. 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 Genau noch seinen zusätzlichen Schadensboost. Kein... Eจะ runter. Oh, ich habe keinen. Ne, ne, egal. Hehehe. Ich weiß ja mein Dorf wo. Bis später. Jo, bis später, Polly. Jo. 3. Jo Ich geh mit Ich geh mit Ich geh mit Morta Ich bin deutsch in die Mitte Morta auf mich Sniper oder was? Morta auf mich Ich geh mit Shadow rechts Ja Max ist raus Und Fire auch Ist der Morde eigentlich nicht raus? Ich hab's gar nicht mitgekommen Ne, der ist hinten noch Surge rechts Raus Morta auf mich Noch eins rechts Raus Hat den Surge Gut, neuer Morta ist gespawnt Und noch ein Surge Der ist raus Und noch ein Und noch ein Der ist ja Tag Der ist ja Tag 55 Meter worden Zuge gehen, ne? Zuge gehen, ne? Egal wo ich hin schieß, der Gegner ist schon tot Haha Nauber Hm, du hast da Hör Mh, Wunder Instant Hör Ich geh mit Morta Hier haben wir jetzt Killshot rechts Da, einmal auf jeden Fall Hier bei mir Köhler Marien Speed Hehehe, ja Motor On fire raus Killshot links Jo No, 1 surge Killshot ist raus 2 surge Killshot Oh, fu** motor Killshot Kann jeder abspoonsch Ja die haben alle schnell einmachs Treff ich nicht Mortar ist Nord Und Fire ist ein Surge Ja Rechte Seite nackt mit Mortar, äh nicht mit Mortar, mit Sniper Papier Neuber Links A und Fire Top-House Boah, was hat mich da denn jetzt weggemordt, ey Ja, ich geh mit Surge für den Mortar, überhaupt nicht mehr rechts Nackt da, macht der da Der holt mich Ach, zu spät Komm Darth Vader, Darth Force und SK Du wirst es nicht glauben, Polly Aber Darth Vader hat mal gespielt heute, krass, oder? Ja, okay, schon gut Darth Vader hat mir auch ein paar Mal, ey, der Sniper hat alles weg, ey Mortar auf mich Zweimal Mortar Darth Vader ist wieder am Sniper Ja Ich hab den Mortar hier Der Force hol' ich gleich Force Danke für die Kuppel, Digga Bitte Ja Kuppel Da ist er, der Kuppel ist zu früh weg Der Force ist down Der Force ist down Ihr müsst unbedingt die Mortar wegkriegen, Jungs Ich komm hier langsam echt unter Zugzwang Ja, ich bin nicht reingekommen Ich weiß nicht dran zu kommen Wieder Vor allen Dingen, er, der SK ist halt ein Killshot-Mortar Das heißt, den krieg ich nicht Oh Holy shit Oh Jo, ich hab den SK Der Force kommt überlinkt Ja Der kommt jetzt zu mir in die Richtung Oh ne Scheiße, verdammt, ey, der hat nur noch einen Millimeter lösen, kommt schon Scheiße Wo ist er? Wo ist er? Boah Das wär der jetzt tot Hm, der ist mein Panther Hehehe Oh nein Der Thriller ist weg Okay, er ist in der erste Runde geboren Kann man, versuch mal hinten rum zu fahren Ich bin hinter dir direkt Baldin Ja Der Force ist gestand oben Jo, 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 ich hol ihn Oder auch nicht Aber er hat noch nicht gesnipert Das kommt jetzt gleich Der Motor low, low, low Links Jo, eine Sekunde Habt ihr ihn? Ne, 10 muss nicht mehr Geht mit Shadow über rechts Habt der Force Was? Gibt's doch nicht Ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn Ich bin schon mit dem Aegis Boah, hat den jetzt noch bekommen, ey Der hat natürlich auch unterwegs Was ist das? Hä? Wo kommt der denn her? Ah, der Force ist low, ey Ich hab gar nicht gesehen, dass der Und raus Und raus Mord auf mich Ich versuch gleich mal hinter zu fahren Gibt der Mord auf mich? Gibt der Mord auf mich? Gibt der Mord auf mich? Okay Ich wusste, dass er das macht Einer ist raus, ich weiß nicht, ob das der Mord war Ich hab da Force, der ist low, low Mord auf mich Ich habe da Ich hab ihn verraten Ja, war ein ziel Ach Ja Echt, Krista, du willst mal besser gespielt Ja Haha Bis zum nächsten Mal.